Ich heiße Benni Pouja, bin 27 Jahre alt, komme hier aus dem Maintal und habe die Weiterbildung einmal zum Handelsfachwirt absolviert. Das war 2012, habe ich die auch abgeschlossen. Und die Weiterbildung zum Betriebswirt habe ich absolviert, das war 2013. Ich habe die Weiterbildung damals oder die Weiterbildungen absolviert, weil ich damals die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht habe. Ich habe damals ein Stipendium erhalten, weil ich es glücklicherweise sehr gut bestanden habe und wollte das dann sinnvoll nutzen. Ich habe mich einmal für den Handelsfachwirt entschieden, weil ich selber im Handel gearbeitet habe, war jahrelang in der Telekommunikationsbranche tätig und da hat sich der Handelsfachwirt sehr gut angeboten. Des Weiteren habe ich den Betriebswirt hintendran gehangen, um meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu erweitern und mich auch dahingehend weiterzuentwickeln. Der Sinn war es, mich beruflich wie auch privat Fortschritte zu machen. Ich habe die Weiterbildung 2012 und 2013 abgeschlossen, es waren ja gleich zwei. Es hat mir sehr viel gebracht, weil durch die Weiterbildung stehe ich überhaupt erst da, wo ich heute bin. Ich habe meinen heutigen Arbeitgeber durch Career & More kennengelernt und habe mich auch durch die Weiterbildung erst zu dem Beruf als Personalberater, der ich heute bin, qualifiziert. Also ich habe mich für Career & More entschieden, weil zum einen war es mir wichtig, das am Wochenende zu absolvieren. Ich musste hier sonntags in die Schule gehen, da ich unter der Woche arbeite und auch am Samstag arbeiten musste, kam mir das ganz gelegen. Und es war mir auch wichtig, das nicht irgendwie jetzt zwei Jahre lang machen zu müssen, sprich dann jeden Abend in die Schule gehen, wie es halt oft bei den Abendschulen so ist, sondern dann am Wochenende zu absolvieren und das ist mir hier super gelungen. Ja, meine Erwartungen wurden erfüllt. Das war ja zum einen, dass es halt am Wochenende stattfindet, dass ich nicht zwei Jahre lang in die Schule gehen muss und dass ich mich auch beruflich weiterentwickele. Das ist mir sehr gut gelungen. Da hat mir Career & More auf jeden Fall die Türen geöffnet und von daher ja, auf jeden Fall.